Maik der Lügner ist seltsam, weil er ganz zufällig an unterschiedlichen Orten in Himmelsrand erscheint. Es gibt keine feste Location, an die er gebunden ist, stattdessen wandert er in Himmelsrand umher. Den Khajiit können wir in Morrowind, Oblivion, The Elder Scrolls Online und logischerweise in Skyrim begegnen. Der Umstand, dass er in Elder Scrolls Online vorkommt, ist besonders spannend, denn dieses Spiel spielt tausend Jahre vor den Ereignissen von Skyrim. Und damit ist Maik der Lügner, einer der ältesten Elder Scrolls Charaktere überhaupt. Ursprünglich wurde er von den Entwicklern als Easter Egg eingebaut. Er wirft uns findige Sprüche wie diesen hier an den Kopf. Manche sagen, Alduin ist Akatosh. Manche sagen, Maik ist ein Lügner. Ihr solltet nichts von beidem glauben. Dabei macht er sich über die Elder Scrolls Spiele oder aber auch über die Fans lustig. Er kommentiert sogar eine der größten Fan-Theorien zum Verschwinden der...